Hallo zusammen, ich bin Mike von Micky's Live und bin froh, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es einen Vergleich, wie auch oben schon steht, zwischen dem RØDE VideoMicroRecordi Pro und dem RØDE Podcast. Was ich mir vor kurzem angeschafft habe und gerade neben mir steht, das zeige ich gleich natürlich. Ist es klar, gerade nehme ich mit dem RØDE VideoMicroRecordi Pro auf und wie man hören kann, ist die Tonqualität jetzt nicht die beste. Das ändert sich auch nicht, wenn man es näher hält. So, wie ihr seht, habe ich das RØDE VideoMicroRecordi Pro in die Hand genommen. Wie ihr seht, ist es natürlich ein Kameramikrofon für eine Spiegelreflexkamera und jetzt kein Mikrofon für den PC Gebrauch. Dieses eignet sich natürlich viel besser für Außenaufnahmen und nicht für Aufnahmen am PC und würde es auch dafür nicht weiterempfehlen. Aber es ist natürlich für alles andere, was außerhalb von geschlossenen Räumen ist, obwohl das auch da sehr gute Aufnahmen machen kann, wenn man sich bewegt. Dafür ist es ziemlich gut und finde auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für das RØDE VideoMicroRecordi Pro ziemlich gut. Es ist ein großer Unterschied zu dem RØDE Podcaster. Ja, das werde ich euch direkt mal demonstrieren, denn die Tonqualität ist natürlich gravierend anders. So, wie ihr seht, habe ich jetzt mal das RØDE Podcaster angeschlossen und ich finde, man hört den Unterschied in der Qualität des Sounds sofort. Ein weiterer gravierender Unterschied zum RØDE VideoMicroRecordi Pro ist der 3,5mm Klinkenanschluss für Kopfhörer und Headsets. Aber besonders zum Kauf des Podcasters hat mich die veränderte Stimme animiert, die man durch das Mikrofon bekommt. Man hört sich nicht mehr so an, wie man sich durch viele andere Mikrofone anhört. Viele von euch werden sich wahrscheinlich fragen, warum das Podcaster und das Procaster? Da sage ich nur, man kann mit beidem das Gleiche machen und man hat hier noch einen Klinkenanschluss für das Headset dabei. Man kann das Podcaster zwar nicht unmittelbar an ein analoges Mischpult anschließen, da es sich bei dem Podcaster um ein USB-Mikrofon handelt. Jedoch verwandelt der Adapter den USB-Anschluss in eine 3,5mm Klinke und auch so ist ein analoges Mischpult wie beim Procaster verwendbar. Wem das nicht gefällt, der kann auch digitale Mischpulte verwenden und auch da hören sich Procaster und Podcaster identisch an. Von daher kann ich keinen Nachteil für das Podcaster feststellen. Meiner Meinung nach sind beide Mikrofone, das Procaster und das Podcaster, gleich gut. Aber natürlich umwelten besser als das Rode VideoMicroCarty Pro. Von daher werde ich auch in Zukunft das Rode Podcaster weiterverwenden für Aufnahmen am PC und sonstiges. Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.